Yo, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einem erneuten Mario Odyssey Video auf meinem Kanal. Am 27.10. kommt das Spiel raus. Ist ja noch eine kleine Zeit, aber wir haben schon viele Trailer und auch kleine Gameplay-Schnipsel gesehen und dort gab es schon manche Bosse zu sehen. Und ich will heute mal auf jeden einzelnen Bosskampf eingehen, den kurz erklären und zu jeder einzelnen Bossmechanik eine kleine Analyse machen. Und ich bin einfach so extrem gehypt, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie doll ich mich auf dieses Spiel freue. Ich lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich habe mich noch nie so doll auf ein Videospiel gefreut wie auf Mario Odyssey. So, noch als kleine Info, das Gewinnspiel für den Nintendo 2DS mit New Super Mario Bros. 2 im Bundle geht noch bis zum 10.10. Ich erwähne es nicht jedes Video, weil ich denke, das ist vielleicht zu penetrant. Aber Leute, noch mal als Erinnerung, dazu müsst ihr Abonnent sein und einen Kommentar schreiben. Bis zum 10.10. geht das Gewinnspiel. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem ersten. Viel Spaß! Der erste Gegner, und da glaube ich auch der erste Gegner chronologisch in dem Spiel, wenn wir im Cap Kingdom sind, ist dieser eine Hase. Ja, die Hasen heißen Brudals, also mit Doppel-U geschrieben. Und der erste Gegner ist gleich der Grüne, der für mich immer wie so ein Anführer wirbte. Das liegt aber nur daran, dass wir ihn schon mal gesehen haben in einer kleinen Trailer-Sequenz, wo die auch im Cap Kingdom auf ihrem fliegenden Schiff, die vier Hasen, dort angekommen sind. Und dort war er auch vorne. Aber eventuell lag das nur daran, dass er vorne steht, weil er halt im Cap Kingdom jetzt auch gegen einen kämpft. Eventuell steht dann jeder Hase, der gegen einen kämpft, dann einfach vorne. Und es gibt keinen richtigen Anführer von denen, weil jeder hat seine individuelle Fähigkeit. Und keiner wirkt eigentlich so von den Fähigkeiten so dominant, dass der ein Anführer sein könnte. Und der Kampf gegen den grünen Bruder haben wir schon gesehen in Form eines Gameplays. Wenn der gegen einen kämpft, hat er nämlich drei Zylinder, drei Hüte übereinander gestapelt auf dem Kopf. Und man muss alle drei erstmal wegschlagen von ihm, damit er letztendlich verwundbar ist. Man kann ihn auf den Kopf springen, ganz normal, aber auch mit einer Stampfattacke. Nachdem man dann das gemacht hat, verschwindet er in einem der drei Zylinder. Und die Zylinder rotieren alle unkontrollierbar im Kreis. Und man muss dann letztendlich den richtigen wieder wegschlagen, um ihn wieder zu finden. Und das gleiche Spiel beginnt dann von vorne. Und ich denke mal nach dem Mario-Prinzip, man muss ihn einfach dreimal treffen. Und dann hat man ihn bezwungen. So, jetzt komme ich zu dem nächsten Kampf. Und zwar der nächste Kampf ist dieser große, dicke Bruder, dieser große Hase, der links am Erstand, dieser dickere. Und den haben wir im Luncheon Kingdom gesehen. Und dort ist ein bisschen interessant, in der Cutscene, wo sie reingeflogen kommen mit dem Schiff, ist der Große lange im Hintergrund nicht mehr zu sehen. Ist das eventuell irgendwie ein Zeichen dafür, dass im Luncheon Kingdom zu dem Zeitpunkt der Große eventuell schon komplett vernichtet wurde von Mario? Weil ich gehe davon aus, dass man mindestens zweimal gegen die kämpfen muss. Weil später haben wir den Grün, den wir gerade im Cap Kingdom schon besiegt haben. Und das Cap Kingdom ist nun mal chronologisch der Anfang, weil man dort halt Cappy kriegt und dort, äh, man halt auch die Reise beginnt, die Odyssee. Und wir kennen ja auch die Reiseroute, die gestrichelte Linie, die hinten auf den Namiibo-Verpackungen drauf war. Die zeigt einmal gegen den Uhrzeigersinn vom Cap Kingdom letztendlich einmal, gegen den Uhrzeigersinn wiederum zum Mushroom Kingdom. Und da wir den Grün ja am Anfang schon besiegen im Cap Kingdom, er aber später wiederum auf dem Schiff ist im Luncheon Kingdom, gehe ich einfach davon aus, dass man mindestens zweimal gegen die Brudals kämpfen muss. Wenn dem aber so sei, dass er der Anführer ist, dann kann das auch sein, dass man gegen ihn vielleicht nur mehrmals kämpfen muss. Auf jeden Fall wieder weiter zurück zum Luncheon Kingdom, wo man gegen den Dicken Fetten kämpft. Und zwar der hat eine ganz coole Fähigkeit und zwar spuckt er Säure oder Gift auf den Boden, was man natürlich nicht berühren darf, weil man sonst Schaden nimmt. Und in der Kampfarena sind auch vier solche komischen Bohnen, mit denen man ihn auch angreifen kann, beziehungsweise die kann man treten oder schlagen, besser gesagt, und die können ihm dann wiederum den Hut vom Kopf schlagen, den Bruder, den Dicken. Und erst nachdem man den Hut, ihn vom Kopf geschlagen hat, kann man ihn auch treffen. Also wieder auf den Kopf springen mit einer Stampfattacke oder ganz normal. Ich denke, das ist so der Urinstinkt auch von einem Mario-Spieler, dass man das als erstes macht. Der Dicke Hase bedeckt die ganze Zeit den Boden auch mit Säure und die kann man wiederum mit Cappy wegwirbeln. Dann kann er diese Rundum-Attacke machen oder einfach ihn nach vorne werfen. Dann macht man sich so kleine Pfade durch das Gift und kann so langsam den Boden säubern, was auch wichtig ist, weil ansonsten ist irgendwann alles voll und man hat gar keine Fläche mehr, irgendwo raufzutreten. Nachdem man ihn dann getreten hat, ist das wie bei dem anderen Bruder, dass er auch in seinen Hut verschwindet. Bei ihm ist es nur einer, nicht drei. Und er verschwindet in diesem Hut, was ein bisschen wie ein Ufo aussieht. Und er fliegt damit auch kurz über den Boden und verteilt dann nochmal in einem ganz komischen Muster einfach Säure wieder über den Boden. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich denke, das muss man dreimal machen, bis man ihn letztendlich besiegt hat. Was aber noch interessant ist, ist, dass man nach diesem Bosskampf nur einen Mond kriegt. Also man kriegt nicht nach jedem Bosskampf so eine Dreier-Mond-Staude. Deswegen ist es nicht immer nach jedem Bosskampf einfach so, kann man das pauschal sagen, dass man immer so einen Dreier-Mond kriegt. Hier kriegt man nur einen, weil das eventuell auch nicht der vernichtende Kampf war, wo man diesen Dicken letztendlich besiegt. Einen weiteren Kampf gegen die Brudals haben wir noch gesehen und zwar am Sand Kingdom haben wir gesehen, wie diese Dame rechts, also diese weibliche Brudal-Tante dort gegen einen kämpft. Die richtig verrückt lacht, also die Soundfiles sind echt verrückt. Und sie hat hinten an ihrem Zopf Bomben, sie wirft Bomben auf einen immer wieder. Man muss natürlich auch erstmal wieder ihren Hut wegschlagen, also es ist immer das gleiche Prinzip. Dann springt man auf ihren Kopf, danach verschwindet sie auch in ihrem Hut, ja genau wie die anderen. Sie ist aber dann wie so ein Raumschiff höher über dem Boden, also es sieht wirklich auch aus wie so ein Ufo. Und dieses Ufo-Gedöns, das ist für mich wirklich vielleicht so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass es noch später auf den Mond geht, beziehungsweise der Mond wird ja immer so präsent gezeigt. Und ich denke, dass man später auf den Mond hundertprozentig kommt und dass die Brudals von dem Mond auch kommen, beziehungsweise dass Bowser sich irgendwie Hilfe geholt hat von denen. Und dass eventuell sogar die Hochzeit am Ende auf dem Mond stattfindet, wenn sie denn nicht im Pilzkönigreich stattfindet. Aber das wäre auf jeden Fall cool, wenn man noch auf den Mond kommt und dass dort eventuell die Brudals ihr Zuhause haben. Weil im Japanischen gibt es auch ganz viele Märchen und Mythologien, dass Hasen vom Mond, also es gibt auch so eine Mond-Hasen-Geschichte. Deswegen, vielleicht hat sich Nintendo da auch inspirieren lassen, weil Nintendo hat ihren Sitz, ihren Hauptsitz nun mal in Japan. Auf jeden Fall, wenn denn die weibliche Brudaldame dann in ihrem komischen Hut wieder ist und dort wie ein Raumschiff rumfliegt, verteilt sie überall Bomben. Wenn man diese überlebt hat, dann kann man das gleiche Spielchen wieder von vorne machen, dreimal, man hat sie dann besiegt. Und nachdem man sie besiegt hat, ist es wieder interessant, dort kriegt man wiederum eine Dreier-Mond-Staude, weil das eventuell auch ihr Tod bedeutet hat, also dass man sie vielleicht dort richtig vernichtend geschlagen hat. So, es gibt aber noch weitere Bosskämpfe, es gibt natürlich nicht nur die Hasen, weil das wäre ein bisschen einfallslos und so ist Nintendo nun mal nicht, Leute. Mario Odyssey ist sowas von kreativ, was von den Bossen auch jetzt ausgeht. Auf jeden Fall haben wir von Nintendo Direct noch den Trailer gesehen und dort haben wir diese dicke, fette Brudaldante gesehen, die wirklich alt und richtig fett und groß aussieht, die den goldenen Chain Shop an der Kette hat. Und dieser Chain Shop hat auch eine kleine Mütze auf. Es gibt nur diese kleine Szene von ihm, beziehungsweise von ihr. Und die Boss-Mechanik habe ich letztens schon mal erklärt und zwar, gibt es einen Mond in dem Cascade Kingdom, wo man sich in einen Chain Shop letztendlich reinversetzen muss, also man muss die Kontrolle über ihn übernehmen und muss dann die Kette spannen, an der er gefangen ist, gekettet ist und dort muss man dann eine Wand zerschlagen. Man muss sozusagen die Kette spannen, dann loslassen und dann wird der Chain Shop dann gegen die Wand gedonnert, dahinter ist dann der Power-Mond. Und ich denke, dass das genauso bei dem Boss funktioniert, dass man sich auch erstmal, man muss erstmal die Mütze von dem Chain Shop irgendwie wegkriegen, beziehungsweise raufspringen oder irgendwie mit irgendeiner Mechanik, die Mütze wegschlagen von dem Golden Chain Shop und dann kann man letztendlich die Kontrolle über ihn übernehmen, die Kette spannen, loslassen und dann kriegt die dicke Bruder-Oma endlich Schaden. Und ich denke, das muss man dreimal machen und dann besiegt man sie, das ist so meine Theorie, mal gucken, ob es wahr wird, über den ganz langen Hasen, der immer hinten stand, der auf einmal auch weg war im Landschirm-Königreich. Über den habe ich noch gar nichts gesehen, ich weiß gar nicht, wie der ungefähr kämpft, was seine Mechanik ist. Geschweige denn, in welchem Königreich er auftritt, also es ist wahrscheinlich ein Königreich, das wir noch nicht Gameplay-technisch gezeigt bekommen haben, also entweder das Lake-Königreich oder dieses kleine Tropische oder eventuell sogar im Snow Kingdom. So, dann kommen wir mal zu den interessanteren Bossen meiner Meinung nach und zwar, das sind die weltspezifischen Bosse, also ich sage damit, die Bosse, die jetzt keine Hasen sind und die nur in dieser Welt auftreten, also nur in den einzelnen Königreichen, da wäre zum einen der Vogel im Landschirm-Königreich und der Bosskampf sieht einfach extrem geil aus. Es gibt nicht allzu viel Gameplay von ihm, Nintendo hat da ganz klar die Schranken gesetzt, die Leute, die das hochladen, dürfen einfach nicht zu viel zeigen, das haben die YouTuber, die das hochladen haben, auch erzählt, also beziehungsweise geschrieben, dass sie nicht mehr zeigen dürfen. Ich habe aber erstmal Recherchearbeit betrieben und kann euch sagen, wie ihr den Boss triggert und zwar das Landschirm-Königreich, dort müsst ihr erstmal auf diesen einen Berg raufklettern, mehr oder weniger, weil man sieht ja immer oben so präsent auf so einem anderen Berg so ein Vulkan ist so ein komischer Topf und dort oben kreist dieser komische Vogel rum und diesen Vogel haben wir auch schon im E3-Trailer gesehen mit so einem Stück Fleisch in seinen Krallen. Und dann später wiederum kreist er einfach nur in dem Topf, in dem Gameplay von der letzten Direct und da habe ich mir schon gedacht, was hat dieses Stück Fleisch, was hat es damit auf sich und dieses Stück Fleisch, kann ich euch sagen, ihr müsst nämlich so ein Berg erklimmen und dort könnt ihr letztendlich die Kontrolle über ein Stück Fleisch so geben, indem ihr seid das Stück Fleisch. Und irgendwas mit dem Stück Fleisch hat es letztendlich auf sich. Ich denke, dass dieser Vogel dann letztendlich einen von dem Berg aufgreift. Ich habe sowas noch nicht in dem Gameplay irgendwo gesehen. Ich gehe einfach davon aus, man geht in dieses Stück Fleisch, man kann sich ganz schwer bewegen und der Vogel, wir haben ihn ja schon gesehen im Trailer, wie er das Stück Fleisch, genau dieses große Stück Fleisch, in seinen Krallen hat, dass der dann letztendlich damit wegfliegt und das oben in den Topf wirft, weil dieser Topf brodelt da oben auch. Und der Bosskampf, dort haben wir einen kleinen Ausschnitt, den ich hier einblende, der spielt nämlich auch auf diesem Topf irgendwie. Man kann diesen Topf auch so erreichen, mit diesen kleinen Lavakugeln, die man dort übernehmen kann, die auch in dem Bosskampf eine ganz wichtige Rolle spielen, denn man muss, also der Vogel spuckt Säure, ihr seht es hier, so einen komischen Strahl und dazu kommen noch so einen komischen Stachelboppen, die runterrollen und man muss in Form dieses komischen Lava, dieser Lava-Bubble, die man ja übernehmen kann, muss man da in diesen Strahl hoch und dann kann man ihn letztendlich treffen. Und ich glaube, so läuft die Bossmechanik ab und ich bin einfach so gehypt auf das Landchenkönigreich. Ich finde diese geile Polygon-Grafik und dort, das sieht alles so geil aus mit diesen dicken Polygonen, mit diesem komischen, sterilen Look, das sieht einfach sowas von geil aus und beweist einfach, dass Nintendo alle möglichen Facetten von Welten einfach sofort umsetzen kann. Zwei weitere Bosse haben wir noch gesehen, richtig Gameplay-technisch und da wäre einmal der Metall-Wiggler im Metro Kingdom, aber nicht tagsüber, sondern nachtsüber irgendwie ist er nur da. Da ist die Frage, wie kann man Metro Kingdom dazu bringen, dass es Nacht wird, einfach nur lange dort verweilen oder kann man eventuell in der Odyssey das irgendwie umstellen oder man muss später wieder zurück. Oder der Tag-Nacht-Zyklus ist einfach dort so, dass der Planet sich richtig dreht, weil wir haben ja schon den Planeten auch richtig so gesehen. Wenn man letztendlich in ein neues Königreich fliegt, dann sehen wir den Globus auch richtig so mit dem Mond und eventuell ist einfach der Tag-Nacht-Zyklus auf den gesamten Planeten dann so. Auf jeden Fall kann Mario dort die Kontrolle über einen Panzer übernehmen, ja der Panzer, den er dann steuert und dort kann er dann gegen den Metall-Wiggler ankämpfen und der Metall-Wiggler ist eigentlich wie jeder andere Wiggler, nur dass er am Gebäude längst krabbelt und ziemlich brachial aussieht und ziemlich böse meiner Meinung nach. Anders wie die anderen Bosse, die teilweise noch so ein bisschen lustig aussahen, der sieht ziemlich brachial aus und es ist fast wie bei jedem anderen Wiggler. Man muss einfach jeden einzelnen Abschnitt von dem Wiggler, jede einzelne Kugel treffen und ich glaube, dann hat man ihn besiegt. Die Frage ist nur, gibt es eventuell noch Donkey Kong als Gegner? Das wäre einfach sowas von geil. Wenn man Donkey Kong noch besiegt, wenn vielleicht tagsüber Metro Kingdom ist, ist dann Donkey Kong noch der Boss von New Donk City. Das würde ich mir einfach wünschen, das wäre sowas von geil. Eventuell verheimlicht uns Nintendo das einfach nur noch, weil wir merken auch, sie zeigen in Gameplay, in Trailern und sowas nicht alles. Im allerersten Trailer haben sie nicht mal gezeigt, dass man mit Cappy Feinde übernehmen kann. Und jetzt auch bei dem Gameplay, was die Leute hochladen dürfen, die YouTuber, werden Schranken gesetzt, was sie einfach zeigen dürfen und was nicht. Und das macht Nintendo allgemein, das haben die in der Vergangenheit schon gemacht. Und ich denke, es wird noch Sachen geben, wie zum Beispiel Yoshi, Luigi und eventuell sogar Donkey Kong und auch der Mond, der später und auch das Pilzkönigreich, für später begehbar sein wird, dass sie das einem einfach noch verschweigen. Der letzte Boss, von dem wir richtig Gameplay gesehen haben, ist der große Oktopus aus dem Seaside-Königreich. Ja, und das Seaside-Königreich wurde uns ja auch ganz lange verschwiegen. Also es wurde nicht gezeigt. Es wurde dann letztendlich irgendwie revealed, offiziell, bei der Direct. Aber davor hatte ich ja auch schon Videos, wo ich das auch schon analysiert habe, dass es auf jeden Fall vorhanden ist. Ja, und um den zu triggern, muss man erstmal die ganzen Schalter, die rund um dieses Riesenglas dort teilt sind, die muss man alle aktivieren. Dann kommt er runter und dann muss man sich in einen, ja, diesen kleinen Oktopus reinverwandeln mit Cappy und mit diesem kleinen Oktopus, mit dem man dann letztendlich fliegen kann, weil er kann ja so komische Wasserstrahlen von sich geben, muss man dann seinen Kopf erstmal freispülen von dieser komischen, ja, ätzenden Flüssigkeit oder dieser heißen, brodelnden Flüssigkeit, die dort oben auf seinem Kopf ist. Und dann kann man ihn so auch immer weiter treffen und von ihm kriegt man dann auch wieder einen Dreiermond am Ende, wenn man ihn besiegt hat. Einen Boss haben wir noch gesehen und das ist auch aus dem Sandkönigreich, ein spezifischer Boss, der nur da ist. Man besiegt ja einmal diesen einen Bruder, diese Dame und dann hat man noch einmal diese komische Statue, wo man sich in die Hanf reinversetzen kann mit Cappy und ihn dann letztendlich angreifen kann. So haben wir das gesehen in einem Trailer. Ich habe sonst nichts weiteres gefunden zu ihm, aber ich denke, dass dieser nur nachts in der umgedrehten Pyramide auftritt, also auch im Sandkingdom. Dann gibt es noch eine große Piranha-Pflanze, aber ich will es nicht richtig als Boss betiteln, weil die hat man schnell besiegt und das wird auch nicht so inszeniert wie einen Bosskampf, aber sie ist auf jeden Fall vorhanden und bewacht auch so eine Plattform, wo man immer letztendlich Monde kriegt und wo auch letztendlich dann ein Checkpoint freigeschaltet wird im Wooden-Königreich. Ja, Leute, das waren alle Bosse, die ich jetzt so finden konnte im Internet. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, aber das sollten alle gewesen sein, weil ich habe mich extrem mit dem Thema beschäftigt, mit Mario Odyssey. Ich habe wirklich jedes fucking Gameplay analysiert und wirklich durchgeforstet das ganze Internet nach jeder kleinsten Form von Gameplay oder Trailer, was es gibt. Es gibt nur noch eine kleine Sache anzumerken und zwar gibt es eine neue Map, die gezeigt wurde und zwar sieht man dort die Delfin-Insel von Sunshine, Island Delfino. Und ob man dort hin kann und ob es dort eventuell auch noch einen Boss gibt oder ob man da überhaupt richtig hin kann oder das musste nur geografisch auf den Planeten eingefügt werden, damit das dann auch richtig so ins Mario-Universum passt. Kann auch sein, aber ich hoffe, dass man dort hin kann. Der gute Akkad hat darüber ein Video gemacht, das könnt ihr auf jeden Fall abchecken, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen. Wie gesagt, das Gewinnspiel geht bis zum 10.10. Dann alle Abonnenten, die einen Kommentar jetzt hier unterschreiben. Und damit bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.